In den zurückliegenden Minuten haben wir jetzt kurz erfahren, haben Sie uns kurz die Prozess-Data-Analytics-Software von Yoko Gawa erklärt. Sie sind auch auf Anwendungsmöglichkeiten angegangen. Welche Vorteile bietet diese Software nun im Vergleich zu anderen Methoden der Datenanalyse? Also ich glaube gerade die Stärke ist da drin, dass man dem Operator wirklich einen Index zur Verfügung stellen kann. Also er muss nicht mehr hingehen und verschiedene Parameter überblicken, auch die Kombination der Parameter überblicken und gucken, wo ändert sich so ein klein bisschen in den Parameter, wo fängt es an, dass der Betrieb sich aus dem normalen Prozesszustand hinaus bewegt. Also er kann es schnell überblicken, schnell verstehen, man kann ein Überwachungssystem drauf aufbauen mit Ampelfunktionen und es ist online in Echtzeit jederzeit verfügbar. Zusätzlich bekommt man noch die Information, welcher Parameter dazu beiträgt und man kann schnell die Ursachen finden und Lösungen zur Behebung finden.